Letzte Frage. Träume, Wünsche, persönlich irgendwas vor oder Pläne beruflicher Natur, die Sie verraten können schon? Also mittlerweile, als ich angefangen habe vor 15 Jahren in den Medien, da hatte man natürlich den Kopf voll verrückter Ideen, wo will ich hin. Ich war jetzt nicht so vermessen zu sagen, ich will wetten, das moderieren. Aber ich wollte halt immer ein gesichertes Einkommen haben und habe das in 15 Jahren geschafft, ununterbrochen tatsächlich auf dem deutschen Bildschirm zu flimmern und in Erscheinung zu treten, in welchen Sendungen auch immer. Ich mache jetzt seit zwei Jahren Channel 21, das ist der ehemalige RTL-Shop, also Teleshopping, was ich mir vor Jahren hätte nicht vorstellen können und muss sagen, dass ich absolut mit Leidenschaft diesen Job ausübe. Und das Geniale ist gerade für uns Frauen, es ist wie mit dem Wein, umso älter du wirst, umso besser. Also die Zuschauer nehmen dir noch mehr ab und deswegen bin ich angekommen und werde da hoffentlich bis zum Rentenalter meine Bratpfann, meine Staubsauger und meine geniale Mode präsentieren. Ich bin glücklich.